Das eine Mal, was ich richtig richtig aufkriegsehe wie das andere Mal, kommen wir mal zu meinem ersten Auftritt. Mein erster Auftritt ist sehr speziell, ich frage nicht mal, wie ist der erste Auftritt gewesen? Mein erster Auftritt war in einer Kirche, weiss ich mal wie sie heisst, die, wenn man den Rischbund drauf geht, rechts. Genau die. Und zwar an einer Maturfier, nicht meine eigene. Ich habe den klassischen Abschluss in der Kategorie Abgabenbohnen. Aber ich hatte eine Musik-Lehrung, wo ich das Gefühl hatte, ich habe eine gute Stimme. Und oben, vor der Maturfier, mir sagte es, weisst du was? Du könntest doch morgen Lied singen, und du noch nie in deinem Leben gehört hast. Du sicher nicht kannst singen bis dann. Aber es ist der Rekord hinten und das wird tipptopp. Entsprechend ist es nicht so geworden, also ich zeige es euch am besten. Du bist und ich, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir uns zurückbringen. Du bist, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir uns zurückbringen. W dolor, Action ist, dass du I'll be there I'll be there To confuse I'll be there With love so strong And I keep Holding on I'm going to go to my house